Das sollte jeder von uns wissen. Es geht um die Thymusdrüse. Und diese Drüse ist das wichtigste Organ in deinem Körper, um T-Zellen zu bilden für dein Immunsystem. Also Keanu, ich pack manchmal Sachen aus, Bruder. Es ist der Professor des Deutschraps, Bro. Sorg dafür, dass du schneller alt wirst oder krank wirst. Jetzt haltet euch fest, es gibt eine gute Nachricht. Wir können diese Thymusdrüse reaktivieren und stimulieren. Das sind so Sachen, da müsste man doch eigentlich schon von gehört haben als Mensch. Haltet mich für verrückt, ist mir scheißegal. Sollen die uns für verrückt halten, Bro? Scheiß drauf. Hier werden Sachen angesprochen, die werden nirgendwo anders angesprochen. Vor allen Dingen nicht in der Szene, in der wir stattfinden oder du stattfindest. Deswegen, genau weiter so. Wir aktivieren gleich unsere Thymusdrüse gemeinsam, meine lieben Freunde. Hier so. Ich liebe den Bruder. Gorilla. Das ist doch geil, Digga. Mal auf ein Video von Keanu reagieren, Digga, im Stream. Feier ich auf jeden Fall. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von ganzem Herzen. Lasst dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Denn es ist diesmal ein Video von Keanu, von dem Süßen. Und zwar hat er ein Video hochgeladen. Das heißt, das sollte jeder von uns wissen. Es geht um die Thymusdrüse. Also, das hat er mir schon per Sprachmemo einmal mitgeteilt. Dann habe ich das schon gegoogelt und habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und so. Und es ist auf jeden Fall ein wildes Thema. Und ich habe mir gedacht, können wir einfach mal auf das Video, wo Keanu darüber redet, reagieren, auf Entspannt. Let's get it on, meine lieben Freunde. Los. Tu mosse den ma, fucka. Tu mosse. Tu mosse. Der Andrew sagt, Keanu ist der coolste Rapper. Keanu ist einer der geilsten Typen, die ich kennengelernt habe, während dieser ganzen Zeit, wo ich in der Rap-Szene unterwegs war. Aber so, ich habe auch von Anfang an gemerkt, der Typ ist einfach real. So, bei unserem Interview schon habe ich einfach gemerkt, der hat sein Herz auf der Zunge. Der redet, was er denkt. Der macht nicht auf cool, der macht nicht auf krass. Der ist einfach so, wie er ist. Und das ist selten in dieser Szene. Und deswegen habe ich den von Anfang an in mein Herz reingeschlossen. Drin geschlossen, meine lieben Freunde. Liebe geht raus auf jeden Fall an den einzig wahren Bruder Keanu. Miese Recherche. Heute das erste Video, auf das wir reagieren von Keanu, Bro. Geil. Also, sagt euch die Thymusdrüse etwas. Und ich habe von dem Shit noch nie gehört, ne? Thymusdrüse. Habe ich vorher noch nie gehört. Also Keanu, ich packe manchmal Sachen aus, Bruder. Es ist der Professor des Deutschraps, Bro. Nicht die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist sowieso unangefochten Number One. Aber sagt euch die Thymusdrüse etwas. Sei aber ehrlich, schon mal was davon gehört? Jemand von euch? Nein, ne? Kannte ich auch nicht. Die Thymusdrüse. Thymusdrüse. Wisst ihr, was das ist? Also, ich bin kein Arzt oder so, aber das, was ich darüber erfahren habe, ist... Bro, aber du hast Arzt-Vibes, Bro, manchmal. Die Thymusdrüse sitzt. Ich sag euch genau, wo die ist. Hier so, ne? Guck mal, fühlt euch mal hier am Hals. Hinterm Brustbrei... Brustbrei. Na, Mann, hinterm Brustbein. Zwischen euren Knochen. Ich habe mies recherchiert. Da ist eine Lücke. Jeder Mensch hat das. Den sein Abo-Ton ist auch wild, Alter. Ich habe mies recherchiert. Ich weiß den Tag, wo wir das hinter mir gemacht haben, noch als ob es gestern war, Digga. Ich schaue es dir. Jeder Mensch. Fühlt euch mal hier die Knochen, ne? Die Schulterknochen. Und in der Mitte ist eine Lücke. Drückt euch mal da kurz. Haltet mal euren Daumen dahin. Merkt ihr das? So, und jetzt geht ihr ungefähr zwei Zentimeter von diesem Punkt hier, ne? Geht ihr runter. Ungefähr zwei Zentimeter. Also so. Ich habe das eben alles schon mitgemacht. Ich habe mir das eben beim Essen reingezogen, das Video. Die Klopfi-Vibes habe ich auch gemacht. Da kommen wir gleich noch zu. Vom Daumen geht ihr runter. Genau gerade. Und dann müsstet ihr noch eine ganz kleine Lücke fühlen. Hier, ungefähr. Da müsstet ihr noch mal eine ganz kleine Lücke fühlen. Merkt ihr das? Merkt das einer von euch? Kennt es? Habt ihr es? Und genau auf dieser Höhe, zwischen deinen Lungen und über deinem Herz, über deinem Herzen und zwischen deinen Lungen, auf dieser Höhe, ist deine Thymusdrüse. Und diese Drüse ist das wichtigste Organ in deinem Körper, um T-Zellen zu bilden, für dein Immunsystem. Ja, 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 diese T-Zellen. Das ist ja auch voll wichtig. Das ist, glaube ich, diese Blutkörper-Shit. Das sind auch die Zellen, die quasi auch, die sind ja auch so, dass die gucken, welche Viren, welche Bakterien und so sind von unserem Körper, welche sind negativ und die bekämpfen die dann quasi, also so wie ich das damals mal verstanden habe. T-Zellen, oder? Die bekämpfen doch die Viren und Bakterien und alles, was nicht im Körper sein soll. Krankheiten anzukämpfen. Und jetzt haltet euch fest, diese Drüse steuert euren Alterungsprozess teilweise. Alterungsprozess, okay, das ist wild. Das ist wissenschaftlich, das ist wirklich medizinisch. Wirklich, das ist kein Witz. Und ich dachte mir so, okay, krass, ich habe noch nie was darüber gehört. Ich habe noch nie was darüber gehört, noch nie in meinem Leben nicht. Der Scharif fragt gerade, um welche Drüse geht es? Die Thymusdrüse. Stabiler Polakierin, Alter, du weißt schon ganz genau, wie das lacht, Bro. How you feel? Gang. Kenn ich meinen Körper, verdammte Scheiße. Und jetzt haltet euch fest. Jetzt haltet euch fest. Es gibt eine gute Nachricht. Wir können diese Thymusdrüse reaktivieren und stimulieren. Okay, jetzt sind wir da. Sie wieder zum Laufen bringen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich dachte, ich spinne. Das sind so Sachen, ne? Das sind so Sachen, da müsste man doch eigentlich schon von gehört haben. Als Mensch so. Das sollte man doch eigentlich wissen. Weißt du, wie ich meine? Wenn die maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie unser Immunsystem ist und wie wir die negativen Zellen in unserem Körper bekämpfen und so, dann muss es doch eigentlich Allgemeinbildung sein. Genauso wie auch die Zillbedrüse. Und es gibt einfach Leute, die sagen, Zillbedrüse ist eine Verschwörung. Das gibt es gar nicht und so. Aber es sind Dinge, die man uns nicht beibringt. Warum, frage ich mich. Warum? Ich dachte, ich spinne, Alter. Hier, guck mal. Gibst du mal einfach auf doof bei Google ein, ne? Also guck mal. Wenig bekannt, aber von großer Bedeutung für die Immunabwehr des Menschen, die Thymusdrüse. Sie befindet sich hinter dem Brustbein und sorgt dafür, dass Immunzellen körperfremde Antigene wie Bakterien oder Viren von körpereigenen unterscheiden. Also siehst du, die sind so wie Detektive im Körper, diese T-Zellen, ne? Das ist der Wahnsinn, Leute. Was ist die Aufgabe der Thymusdrüse? Die Thymusdrüse ist das zentrale Organ des lymphatischen Systems. Er befindet sich im vor dem Herz gelegenen Abschnitt des Mittelfelds, Mediastinum. Es ist von zentraler Bedeutung für die Selektion von T-Lymphozyten, den für die Immunantwort wichtigen weißen Blutkörperchen. Wild, wild, wild. Nicht so ausdrücken, ihr wisst, ich bin kein Mediziner und so, aber Leute, das ist kein Witz, was ich euch gerade erzählt habe. Es ist fucking echt, es ist echt. Und die gute Nachricht ist, wir können die Thymusdrüse wieder zum Laufen bringen, ladies and gentlemen. Das ist eine gute Nachricht. Ich wollte sie mit euch teilen. Ich war im Auto, hatte so noch... Das ist geil, der ist begeistert von diesem Thema. Man merkt das, diese Begeisterung. Weißt du, wie er das erzählt und so? Ich liebe das, bro. 100 Kilometer, ich denk mir so, ich muss live gehen, ich muss das mit den Leuten teilen. Da, auf dieser Fahrt hat er mir Sprachmemo geschickt, der so, bro, du Thymusdrüse, musst du auschecken, Digga, das ist crazy und so. Ich muss das denen sagen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie macht man das? Das kann ich euch gleich auch mitteilen. Warte mal. Warum soll man auf die Thymusdrüse klopfen? Aha, jetzt geht's los. Ladies and gentlemen, es gibt sogar einen Test, den wir sofort machen können. So, wir ziehen jetzt gleich auch durch, meine lieben Freunde, ja, wir machen das jetzt gleich mit. Und jeder von uns merkt, Amelia sagt gerade, die wollen uns unten halten und bewusst machen, dass wir nichts sind und wir uns nicht heilen können und mehr als der Körper sind. Ja, safe. Bin ich genau deiner Meinung, Amelia? Das sind so Sachen, Zirbeldrüse, Thymusdrüse, eigene Immunsystem anregen, ins Bewusstsein reinkommen, checken, dass du eine Riesenmacht über dich selbst hast, dass du dich und alles, was in deinem Körper passiert, auch steuern kannst mit deinem Mind. Und wenn das rauskommt, dann ist natürlich so, dass nicht mehr so viel Geld gemacht wird mit Pharmaindustrie. Leute werden bewusster. Man kann sich nicht mehr so leicht lenken. Und diese ganzen Sachen, deswegen wird halt gewisses Wissen anscheinend, muss man so sagen, anscheinend uns vorenthalten. Weil wie kann das sein, dass keiner hier im Chat wusste, was die Thymusdrüse ist? Wie geht das? Sofort eine Wirkung. Habt keine Angst. Es tut nicht weh. Euch wird auch nicht schwindelig, wie bei den Frequenzen neulich. So, was ist der Thymus einfach erklärt? Der Thymus ist ein primäres lymphatisches Organ und liegt im Brustkorb hinter dem Brustbein. Er nimmt im Laufe der Kindheit an Größe und Gewicht maximal 40 Gramm zu und bildet sich nach der Pubertät wieder zurück in ihrem reifen T-Lymphozyten. Diese Drüse ist der Schlüssel, Leute. Haltet mich für verrückt, ist mir scheißegal. Man kann sich stimulieren. Bro, der Zug ist schon abgefahren. Wenn du normal bist, werden dich alle unnormalen Leute für verrückt halten, Bro. Und es gibt halt ganz wenige normale Menschen noch in der Welt, deswegen alles cool. Sollen die uns für verrückt halten, Bro. Scheiß drauf. Hier werden Sachen angesprochen, die werden nirgendwo anders angesprochen. Vor allen Dingen nicht in der Szene, in der wir stattfinden oder du stattfindest. Deswegen genau weiter so. Ich küsse dein Herz. Schau mal. Durch Klopfen soll die Drüse aktiviert werden. Vertreter dieser Ansicht empfehlen eine aufrechte sitzende oder stehende Haltung. Anwender klopfen nun sanft für etwa eine halbe Minute direkt über dem Thymus auf das Brustbein. Leises Summen soll die Wirkung verstärken. Also wie... Das ziehen wir jetzt gleich durch, Freunde. ...Ration. Da sind wir wieder bei Frequenzen, ladies and gentlemen. Das steht einfach hier im fucking Google. Fokus, Thymus zu aktivieren. Das steckt... Leute, ich habe noch nie was davon gehört. Wie kann das sein? Hier, damit wir mal ein paar Bilder haben. Zu dem ganzen Zeug, was ich hier rede. Guck mal. Zeig mal her, Junge. Das ist das Ding. Geil, Digga. Feier ich hart. Solche Videos finde ich mega, Bro. Guck mal. Das sieht schon episch aus. Die Stelle, wo das sitzt, weißt du, wie ich meine? Sieht aus wie ein Crystal, Bro. Sieht aus wie mein Crystal, den ich hier umhabe. Und die Stelle, wo das sitzt schon so, das ist... Das ist ein wichtiges Organ, das siehst du schon. Hier sitzt das. Ist mir scheißegal, wer was denkt, Leute. Hier sitzt das Ding. Seht ihr das? Hier. Das ist die Thymusdrüse. Euer Herz ist genau drunter. Das ist genau über eurem Herzen. Habe ich noch nie was von gehört. Das hier, ladies and gentlemen. Der eine Bruder schreibt gerade, Hamidu sagt, das Ding produziert doch auch Antikörper, oder nicht? Ja, genau. T-Zellen, Bro. Das hier ist der Thymus. Die Thymusdrüse. Das hier. Hier ist euer Herz. Das gewaltige Herz. Eure Lungen. Und da drüber... ...ist einfach die Thymusdrüse. Ich glaube, es gibt noch sehr vieles zu entdecken. Wieso läuft das nicht von alleine? Aufgrund unserer... Es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken. In unserem eigenen Körper, weißt du, wie ich meine? So wichtige Sachen. Wow. Wir ziehen uns gleich auch nochmal was rein zum Thema Ernährung. Zum Thema Salz. Krasses Video, was ich gefunden habe. Beziehungsweise im Discord gesehen habe. Salzverschwörung. Da gehen wir gleich rein, Freunde. Schlechte Nahrung, die wir zu uns nehmen. Aufgrund von sehr viel Stress, was wir haben. Mir wollten die Ärzte das entfernen, wegen einer chronischen Krankheit. Ohne Scheiß, Hamidu? In dem Weltsystem oder Arbeitswelt haben wir sehr viel Stress. Schlechte Nahrung. Der Yoshi sagt gerade mal kurz verwirrt, in welchem Stream ich bin. Bruder, ist egal. Ob du bei Keanu bist oder bei mir, Bruder. So. Weißt du? Bei anderen Kandidaten würde ich sagen, okay, Bro. Verlauf dich nicht dahin. Aber wenn du dich in einem von unseren Kanälen verläufst, ist es egal, wer von uns ist alles gut. Sehr viel Elektrosmog und so weiter und so fort. Sehr viel Umweltbelastung. Kein Bezug mehr zur Spiritualität. Kein Bezug mehr zu deinem eigenen Körper. Gar kein Wissen mehr. Also wir sind wirklich, wir glauben, wir wissen jetzt gerade mehr. Also in der heutigen Zeit als damals. Dem ist aber nicht so. Ja, weil wir vor allen Dingen auch immer ins Außen vertrauen. Immer das, was uns irgendwelche Leute sagen und so. Anstatt uns mal selbst zu studieren und in uns selbst reinzugehen und da erforschen und Dinge auszuprobieren. Und wir Wissen anzueignen, was in dir eigentlich abgeht als Mensch. Nicht nur im Körper, sondern auch hier im Kopf. Und das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Aber die Menschen heutzutage, die vertrauen nur noch dem Außen. Der Arzt hat gesagt, der hat gesagt, der Lehrer hat gesagt, mein Chef hat gesagt, I don't know what. Da weißt du, die hören gar nicht mehr auf sich selber, sondern nur noch auf das, was Leute denen sagen. Und früher war das, glaube ich, anders. Früher haben Leute sich mit sich selbst noch auseinandergesetzt und beschäftigt so. Und das ist halt eine sehr wichtige Sache. Deswegen glaube ich, solche Sachen zum Beispiel, Thymusdrüse, Zierbedrüse, vielleicht haben die keinen Namen dafür gehabt, die Zivilisation von damals. Aber ich bin mir fast sicher, ja, ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass die Leute damals dieses Wissen hatten. Und die konnten damit auch was anfangen. Und die haben sich selbst gereinigt. Weißt du, wie ich meine? Und diese Drüsen und diese ganzen Sachen. Damit die aktiv sind, damit sie einfach ein gesünderes, besseres Leben leben können. Ich wissen, wir jetzt mehr über, keine Ahnung, über irgendwelche Computerprogramme. Aber wir wissen immer weniger über unseren Körper. Scheint mir zumindest so. Also die Zierbeldrüse war ja für viele schon ein Rätsel. Ich kenne auch Leute, die gesagt haben, Zierbeldrüse sei eine Verschwörungstheorie. Kein Witz. Die Zierbeldrüse ist halt sehr, sehr entscheidend. Aber die Thymusdrüse war mir zum Beispiel überhaupt nicht bekannt. Ich habe auch noch nie in meinem ganzen Leben jemals gehört, dass irgendein Mensch jemals darüber geredet hat, dass es sowas wie eine Thymusdrüse über deinem Herzen gibt zwischen Lunge. Ich wusste gar nicht. Ich schwöre bei mir genauso, Bro. Du bist der erste Mensch, der mich damit konfrontiert hat, was die Thymusdrüse ist. Ich wusste es auch nicht. Ich habe es nicht gewusst. Das ist doch so ein wichtiges Organ. Wer von euch im Chat kannte die Thymusdrüse? Im Herzen existiert. Ich wusste es bis gestern, bis heute nicht. Ich habe so viele Bilder gesehen von Skeletten, von Muskeln, vom Körper. Ich habe sogar so ein Programm gehabt, wo du den ganzen Körper durchgucken konntest. Ich habe noch nie gesehen, dass über dem Herzen ein Organ ist, was dein Immunsystem quasi steuert. Das ist so nicht, das ist so nicht, wie kann das sein? Habe ich nicht genau hingeguckt? Und das ist unnormal wichtig, Leute. Und es gibt Übungen, wie du das Ding aktivieren kannst. Durch Vibration. Ja, du erzeugst ja durch deine Stimme eine Vibration. Okay, gehen wir jetzt gleich auch rein, Freunde. Wir aktivieren gleich unsere Thymusdrüse gemeinsam, meine lieben Freunde, ja? Und du musst halt ungefähr zwei Zentimeter von dieser Lücke runtergehen und dann klopfst du hier. Dieser Alert, Bro, geil. 30 Sekunden lang. Haji! Ich würde das so, ich mache das so mit zwei Fingern auf. Haji, mein Bester. Da. Hier so. Da. Das soll wohl sofort helfen. Einfach probieren, Leute. Kommt euch nicht zu cool vor, ja? Bloß nicht zu cool vorkommen in dieser gottlosen Welt. Auf keinen Fall, Bro. Also wer die ganze Zeit am Handy ist, sieht schon dämlich genug aus. Aber wer sowas macht, einfach probieren. Wenn ihr euch nicht traut, wenn ihr euch zu cool seid, ich mach das. Geht durch, mein Lieben, Freunde. Klocken und Summen. Ich bin mir für nichts zu schade, gerade nicht für meine Gesundheit. Wenn das helfen soll, dann hilft das. Ich liebe dich, Bro. Ich höre es dir. Ja, ich habe hier so ein leichtes Kribbeln gemerkt. So, wir sind aktiv, mein Lieben, Freunde. Ja, wir sind da. Das ist vielleicht durch die Schläge, die ich verpasst. Aktivität in den, Alter. Wir fühlen uns auf jeden Fall nicht zu cool für so eine Sachen. Wenn die dir helfen, dann helfen die dir, Bro. Egal, wie du dabei aussiehst oder nicht. Ich mache das ab jetzt jeden Tag. Ist mir doch scheißegal. Ja, kribbelt ein bisschen. Stimmt schon. Safe. Vor allem auch durch diese Vibration. Ja, ist auch... Das Ding ist so, man kann solche Sachen vielleicht auch nicht direkt spüren. Weißt du? Das wird dann auch einfach langfristig dir gut tun und deine T-Zellen werden wieder vielleicht mehr ausgeschüttet und du kannst besser Viren, Bakterien bekämpfen und so. Und das kannst du jetzt auch nicht, glaube ich, nach einem Mal klopfen dann direkt spüren. Okay, jetzt bin ich ein Heiliger. Jetzt geht es mir gut. Jetzt leuchte ich. Jetzt bin ich voll am Start und nichts kann mir mehr. Aber wenn du sowas langfristig, glaube ich, machst, dann hat es einen guten Effekt auf dich. Und dass es real ist, das haben wir ja jetzt gesehen. Also kannst du sogar googeln. Thymosdrüse. Thymos, ihr denn, man, Alter? Kann die ganze Erde, der ganze Planet kann mich auslachen. Was interessiert mich das? Interessiert mich doch gar nicht. Und durch vibrieren, mit der Stimme vibrieren. Und man kann die noch durch gezielte Nahrungsmittel, glaube ich, nochmal ein bisschen zum Laufen bringen. Ähnlich wie bei der Thymusdrüse auch. Thymosdrüse. Diese ganze Fluorid-Geschichten weglassen und so. Abflässig konsumieren. Gibt es ja auch einige Nahrungsmittel, die das entkracken können. Und ich denke mal, bei der Thymosdrüse eventuell auch. Und das Krasse ist, diese ganzen Drüsen liegen ja auch auf derselben Linie wie die Chakren. So hier oben, dritte Auge, das Chakra, Zybeldrüse, hier ist ein Chakra. Weißt du? Hier ist auch Throat Chakra. Das ist ja auch genau hier. So, das hat schon auch seine Gründe, denke ich. Kann jeder denken und schauen, wie er will. Funktioniert es auch mit der Zirbeldrüse? Lass mal machen, Onur. Was ich gesehen habe, ein Kuss, selbst ein Kuss mit Liebe auf die Zirbeldrüse jetzt von deiner Freundin oder du gibst deiner Freundin einen Kuss dahin, hier zwischen die Augen auf die Stirn, soll helfen. Ich habe es mit euch geteilt. Was ihr daraus macht, liegt in eurer Hand. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es so viele Sachen gibt, von denen wir nichts wissen und dass es auch sehr viele Möglichkeiten gibt, seine Gesundheit oder seinen Gemütszustand zu verbessern, sich besser zu fühlen, stärker zu sein. Die muss man, Amelia sagt gerade, die muss man massieren gegen die Uhrzeig, also gegen den Uhrzeigersinn. Massier it in. Let's go. Und einfach bewusster seinen Körper wahrzunehmen als das, was wir kennen. Wenn ich hier manchmal die... Andrew sagt gerade, irgendwie habe ich voll Bock, meinen Bio-Lehrer drauf anzusprechen. Mach mal, Bruder. Geh hin und sag, ey, guck mal, hör mal zu. Tymusdrüse und Zirbeldrüse. Erzähl mir was dazu. Am besten machst du im Unterricht, meldest du dich, dass er vor allem da was zu sagen muss. Da bin ich echt mal gespannt. Und dann kommst du hier wieder ins Stream rein und berichtest. Bullen trinkenden Jugendlichen sehe, die Zigarette rauchen, Red Bull trinken und die ganze Zeit im TikTok sind, dann... Ne? Kannst du auch so leben. Also, mich muss es gar nicht interessieren, aber ich finde es halt nur schade. Dann klopfe ich mir lieber auf die Brust und lebe mit der Hoffnung, dass meine Tymusdrüse wieder funktioniert und mir noch mehr Energie gibt und mein Immunsystem dadurch noch mal gestärkt wird und ich den hier wachrüttel, Alter. Kennt ihr das? Ich liebe den Bruder, wenn Gorilla sich auf die Brust klopfen. Ich schwirr, die wird energiefrei geschaltet. Das ist kein Witz, Leute. Ich glaub an sowas. Wir sind doch keine stupiden Roboter, Alter. Ist so. Das ist so befreiend irgendwie. Ich mach das jetzt jeden Tag. Ich bin dabei. Minimum 30 Sekunden und klopf mir auf diese Stelle. Ich baue das Morgen in mein Ritual mit ein. Ich schwör dir. Und nimm das bewusst wahr. Komm mal, das Ding ist, ich nehme ab jetzt bewusst wahr, dass ich über meinem Herzen zwischen meinen Lungenflügeln eine Drüse habe, die sehr wichtig ist. Punkt. Interessiert mich doch nicht, was andere denken, gucken, lachen. Was juckt mich das, Digga? Ich küsse dein Herz, Bruder. Dafür liebe ich dich, Bro. Sag ich dir ganz genauso, wie es ist. Für diese Einstellung liebe ich dich, Bro. Bester Mann. Ja, Mann, Digga. Geiles Video. Liebe geht raus an den Bruder Kianosch. Natürlich das Video unten in der Beschreibung verlinkt, meine lieben Freunde. Geht da rauf, lasst dem Bruder ein bisschen Liebe da, schreibt den ein oder anderen einen Kommentar. Supportet den Cousin, ja. Guter Mann. Geiles Video. Liebe geht raus an alle, die bei YouTube zugeschaut haben. Schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Gang. Ngüse. Geiles Video. Hoodie. Ja. Teams .